hallo und herzlich willkommen youtube warte ich hab mit hardy geredet was hab ich denn jetzt hier für ein interface warte hardy wieso bin ich denn mit bram vor allen dingen stand da doch wieso bin ich denn zuschauer na, hardy auto zuweisen, zuschauer der ist in mitte ich hab keinen plan, was das jetzt war ich hab auto team ausgleich gemacht und dann war ich irgendwie kamera ich war kamera ah, die hast verloren, da hast du niete gezogen ja keine ahnung was das war ja ich bin nicht beim spiel drin schwarze peter hardy weißt echt nix dennis hartwig bei dir steht, du bist auch anders grau als wir jetzt jetzt bist du wieder anders grau auto zuweisen, so ja, jetzt einfach start drücken na, start peter das ist echt ein witz es gibt glaube ich keine anderen teams als, äh ja, so das spiel mag uns nicht ja, probieren wir das nochmal oder passt du jetzt die ganze Zeit in eine aufnahme, bram ne, die aufnahme läuft na, hardys nurbigkeit müssen wir doch drin haben aber hardys nurbigkeit muss da mit drauf sein na echte wenn im ersten aufnahme mein fail mit drauf ist, dann muss hardys ja recht mit drauf hardys ja ist recht mit drauf hardys ja ist recht mit drauf hardy wenn du als tier geboren wärst auf jeden fall als papagei mein gott oder als angsthase ach lol ich weiß wo hardy ist weißt du das mir ist zumindest ziemlich sicher, da ich das weiß weißt du dennis ich bin da mal gespannt hm schibiduwap, schibiduwii, schibiduwap dennis was denn du weißt wo er ist ah, doch der ist im rechten gebäude oben in der mitte drin ne, da war ich nicht doch ne doch nein doch genau da machst du das das ist doch ein scherz ey wie ich den sogar noch getroffen mit dem dummen bimboy schibiduwap nur weil du schlecht bist naja, deine mutter ist schlecht ey ne, meine mutter wird nur schlecht finde die ich sie ja 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 ihr umfeld suchen und zerstören ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja,ja boah peter geb mir voll auf die eier in dem spiel, ohne scheiß ja ja deswegen spielst du das lieber bei allerlei alleine, weil du weißt, wie alle besser sind na das stimmt doch überhaupt gar nicht das ist ja jetzt wohl im gerücht ja, das stimmt alle besser es ist doch ein scherz ey Nein Peter kann ich nicht machen Kannst du nicht machen ich habe dich gesehen und dann habe ich dich verloren dann dachte du bist hier rein gesneakt Ja das stimmt das ist echt ein vorteil bei den granaten fliegt die kamera ja auch hinterher und so voll motiv ja bei unserem lieblings mw ist das ja nicht so COD nicht mw ist ja auch mittlerweile 1000 jahre alt das ist wahr das macht mir nichts gesorgt einfach nur noch 27 Stunden habe ich endlich die tausend voll wo bleiben die denn Boah man ey Da ist alles die witzgrößen by the way da sitzt der nämlich sonst immer echt? ja die sitzt da hundertmal ey und spaß jedes video weil ich von allerlei anguckt habe auf cargo sitzt der da oben und riebst dann den Gegner weg oh der ist hinten bei sich noch linker Seite und sonst gesehen oh da habe ich wohl verkackt ich bin Brammen ja aber ich habe schon mal einen kill gemacht ja ich weiß klar deine Mutter hat auch schon mal einen kill gemacht ey oh ja die reißen nämlich immer auf weißt du unser Fleischschlub dann ja holy fuck den habe ich nicht gesehen scheiße gut dass er mich nicht gesehen hat ey schön seit wenigstens einer von uns ja guck dir mal die hohen pinks an ey geht da gar nicht nach ja echt mal 60 what the fuck alter wir haben alle 55 ja heilt doch rum ihr fotzenkinder ey genau das machen wir ja gerade auch Seitenwechsel Optimus Prime hat mich zu den Kontaktdisten zugeschickt ja jetzt kannst du ja wieder offline geben das Team ja jetzt kannst du ja wieder offline geben das Team naja Bombe erlangt nö 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 0 3 ja ja halt immer so die sache weil genau so situation hat dann gibt man den ersten kill ja das stimmt weil er jetzt massiv motiviert ist einfach mal hat dies nicht immer massiv motiviert schnauze stimmt er kämpft jetzt die ganze zeit der kämpft das wichtige ich versuche sofort am premium granatenwurf gespannt der komo bleibt ja ja moment ich muss noch zwei meter laufen und zwar die mission seit ist fast um schneller abladungen platziert ich bei der klasse eigentlich bei der klasse nicht mal da war schnell tut er sehr schöne ladungen gesessen hat die ganze zeit hat jetzt rummeln deswegen habe ich dem hinten auf auf die angst und hast auch nach einer folge glaube ich drin oder ja ich habe immer mein schema hat man sein schema immer bei b2b und einer bei hinten um drauf bei dem haus in einer bei obendrauf bin ich ja schon weg auf jeden fall dann springt und einer unten in der mitte vor dem b haus quasi gewesen das darf nicht wahr sein schnell messern schnell messern aber es ist noch nicht vorbei du bist so ein double messer sehr schön steckt ohne spaß neun uhr neun uhr kriegt man hier richtig eine geformt und erlangt was hat das denn mit der uhrzeit zu tun ja wegen blut und so immer gut wach ist ich eigentlich nicht habe nämlich total wenig schlafen letzten tagen oh wieso ist los ja muss arbeiten 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 da gewinnen ja sige junge diesmal nicht du kleiner wichser ich komme von hinten mal ich habe aber leider geschossen ich hätte überrennen sollen geschlossen du bist du eher der schlosser oder was ich bin wirklich schlosser du entscheidest das schicksal dieser mission du entscheidest das schicksal dieser mission also du bist doch kein schlosser sepp du bist doch studierter ingenieur äh ich bin industriemechaniker also auch es war früher der schlosser ok krass ich habe ja auch eine ausbildung ja stimmt duales studium der war gerade links bram ist der entlang gerannt ja links ah ich würde auch sagen links dennis LOL HAHAHAHAHAHA OH HAHAHAHA 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 ich bin da hinten wo man hochgettern kann wollte ich einfach mal um die ecke gucken aber darf immer was sagen ist ja einfach mal vom container gefallen der bobo oh ne heute seh ich nicht in meinen taschen ohne scheiß OH HAHAHAHA zerstören ne läuft einfach nicht 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 sagste ne nicht so richtig aber solche zeige sollte es geben das darf nicht wahr sein guck mal wie die granate ist direkt neben dir eingeschlagen direkt neben dir eine sekunde wenn ich die prime time abgewartet hätte ey dann wäre es tot gewesen ok oh da ist irgendjemand reingelaufen bei ah Peter ist irgendwo unten am start hier einer ist bei allem in meine elektrische schale gefalleraufen da hat er gewartet LOL durch die wand durch fick dich doch Peter ey ohp hat er die bumme fallen lassen? weiß ich nicht ne hab ich nicht ne hab ich nicht hat er mich doch gesehen ne 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 ja sepp du wolltest wieder messern du kleine schwuchtel ey das weiß weiß ich ganz genau weil er hat sich nämlich hingehockt ja und wollte nur was auch ne ich hab die bombe geklebt ne oh man da war da ne tür oder ja da war wirklich ne tür ne ich hab mir gesagt dass wir ein bisschen am ende ja ein kleines vorsprung ja ich weiß nicht wie ich laufen soll ey irgendwie bin ich ganz voll am arsch Achtung die Ausrüstung wurde zerstört Achtung die Ausrüstung wurde zerstört ach da steht der über mir wie in echt oh man da überall rum ah ja hast du mich damit beworfen oder lag die da? die lag da wie geil du bist dann ganz gechillt reingelaufen Hammer plopp ich hab vor allem den Bram gesehen noch voll heiß und dann bumm so einer scheiße Wolltest du mich Harni? ne ich hab ja ich hab dich gesehen aber ich wollte dir nicht hinterherlaufen weil ich wollte nicht quer durch die Mitte laufen wär irgendwie nicht so cool gekommen diese komischen Elektrostäbe sind voll stark die sind echt geil ich hab die in keiner Klasse drauf aber bei uns in der Mitte das kann noch nicht sein wir füllen füllen Mama ich häng fest nachladen Harni NIE 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 zu früh gemessert Oh, das Magazin ist einfach zu klein, ey. Alter, wie geil war denn das denn, ey? Wie ich auf ihn zurenne, ey. Boah. Aha, die auch daneben gemessert. So ein Bullshit. Auf jeden Fall. Puh, das war gleich ein bisschen spannend, aber nur ganz kurz. Meine Fresse. Uiuiui. Ich hab'n ganz schlechtes Gefühl gerade. Ja? Warum? Warum? Weil sie hat ein kleiner Schoko-Nusspilli, der lecker ist. Ja, ich wusste! Das bin aber ich! Ja, okay. Schade. Nein, nicht benutzen. Genosch, kommt der schießend um die Ecke! Willst du mich verarschen? Kommt der schießend um die Ecke! Ich wusste einfach so. Als wenn er das Immobilien hatte. Alter. Das ist ja keine Schnitte gegen, ey. So hat er die Spur gehört, äh, gehört. Der Ziele noch bei sie. Wie kann's der denn? Lol. Ali, wo war das denn? Ich hätt' dachte, ich hätte so'n Teil gehabt. Ja, so wie der Bram. Sagst du? Ja, aber irgendwie. Laber! Boah, da wollte einer rushen, ey. Oh, hier liegt die Bombe. Interessant. Wo genau riecht die denn? Äh, außen, außen bei A. Ganz, ganz ungutes Gefühl. Dann im Kran. Ja, du bist von beiden Seiten gekickt, ey. Ja, ja, ja. Wenn du jetzt die Granate, Hadi getötet hättest. Hadi ist bedeckt. Ja, ausgesehen, ne? Ja, schön Black-Op-Style erstmal. Oh, ja. Ja, scheiße, jetzt bin ich nicht so gut, ey. Fuck, nein. Jetzt reißt der Bram da raus. Moment, irgendetwas? Nein, genau. Dann killt ihr mich noch, ist nicht verarschen. Ich hab' voll geflasht, ey. Scheiß, wie war das? Der war in der Mitte. Dann killt er mich noch, ey. Was für ein Scherz. Ich muss wieder zwei Spots abdecken, ey. Das ist natürlich ein bisschen scheiße. Ein bisschen scheiße. Hal, du kannst ja mal mehr machen, als nur im Spawn-Campen. Nice. Einen töten, zum Beispiel. Was mach ich denn jetzt, Zip? Na, halt ja, da steht wieder A gehen. Okay. Die Bombe ist traf. Verdammt. Aua! Jetzt weiß ich sogar, wo du bist. Ja, wenn da Dennis war, dann nicht. Ne, das war Peter. Peter wirft die immer da hin. Ja, meinst du? Ja, weiß ich. Tja, wo sitzt der? Hey, Schmidi! Tja, wo sitzt der? Was auch, dass Peter ein mieser Motherfucker ist. Oh, Mann, ey. Das wäre so elegant gewesen, wenn du jetzt einfach gemessert hättest oder so. Ne, das war mir viel zu gefährlich. Boah, ich dachte, Heidi würde mir schon beim Planten zugucken. Deswegen bin ich erst liegen geblieben. Aber irgendwann hat man das doch zu lange gelacht. Hui! Drei Schüsse tot, ey. Ich würde vielleicht sogar nicht Heidi-Style gewesen sein. Suchen und Zerhören. Wart. Wenn du so lange auf sich warten lässt. Reichter in Bereitschaft. Ja, deswegen. Wenn ja wirklich schon bei uns. Pass auf, jetzt mache ich mal richtig Pro hier. Ja. Was hast du denn gemacht? Ich glaube nicht, dass die bei Wehblenden werden. Ich glaube, die ging in die Hose. Chololol, die war fast neben mir. Einer war oben auf den Containern drauf. Alter Vater, das war mega knapp. Hast du mich verarschen? Oh. Fuck. Oh, scheiße. Alter, das hat weh. Ich muss nicht auf den Boden, die Sau. Nice, Heidi. Das ist doch zum Kühllutschen, ey. Schmeißt der sich vor mir voll auf den Boden. Dann habe ich ganz einfach hin und blockiert, hin und blockiert, Mama. Peter, das ist aber schlichtig. Schön, Heidi. Ja, haben wir auch. Wie, die Nutzung ist was, wie es auch nicht im Entcampen, glaube ich. Du? Ja, ich bin auch voll die Camperperson eigentlich. Wie bist du an meinem Ding vorbeigekommen? Wie bist du daran vorbeigekommen? Ich wollte ihn messern. Ich wollte ihn. Tut mir leid, Peter, hätte ich geschossen, hätte ich gewonnen. Ich wollte ihn messern. Nein, ich wollte ihn. Kommt einfach mal so ein schwarzes Etwas auf mich zu, ey. Ich wollte ihn demütigen. Aber es war ja, die sitzt auf seinem Standard-Spot oben links. Ne, ne, das stimmt nicht. Bei A. Und hat es auch abgesichert mit so einem Elektro-Teil, aber der ist da schlecht geworfen. Ne, die ist dafür da, dass der, das stimmt nicht. Ich könnte aber einfach mal vorbeigelaufen, hat aber nicht mitgekriegt. Oh, Peter. Oh, Schmiddy. Hallo, Schmidi. Schmidi. Peter, du weißt, dass du auf der Freizegröße bist. Das kann sein, dass du jetzt schon sagst, Schmiddy, aber das ist gar kein Problem für mich. Dann machen wir einfach in der nächsten Runde wieder weg. Gib jetzt gar keine Uhr. Was ist tat? Mach doch da, 13. Loll, das ist doch recht nicht scherl. Loll, Schmiddy, da hast du aber richtig einen reingedrückt. Du hast fünf Sekunden brauchst du für die Uhr. Wie behindert ist das denn? Mach dir wenigstens zu. Oh, lol, dann war der da. Schade. Immerhin hast du uns das. Ich wollte ihn noch wegsnacken, ich dachte, er rennt schon. Okay, aber tut mir leid, das war echt ein bisschen scheiße. Ich hätte so viel Zeit gelassen. Hast du einen Gefallen angekunden? Drone. Naja, aber warum, das hättest du ja wohl gerne gehabt. Hättest du ja auch gerne gehabt. Oh, wie das nicht willst, ist das ja auch scheiße. Ja, das möchte ich nicht. Das ist ein Scheiße, das ist ein Verkack. Das, das ist... Ich log ihn und dann rieche ich mich um und mache ihn platt. Hier, fickt euch alle, ey. Erstmal euch gidiot. Das kann echt nicht wahr sein. Das kann echt nicht wahr sein. Ja, der ist immer Messern verliert. Boah, Peter, sass er an der Ecke. Tötet ihn! Was? Was war das denn? Das war Kacke und dann hat er noch verzogen. Aber gut, Schmitty, du hast ja richtig einen rausgehauen. Ah! Dankeschön! Anvisieren ist Kacke. Du musst immer Rotpunkt schießen, ey. Aber auch anvisiert. Ja, aber du hast wenigstens ein vonwürdiges Visier. Das war ein Erfolg. Bereit machen für die nächste Runde. Lass dir nichts einreden, Schmitty. Du bist ja der Besserer. Mensch. Aber gut geschossen haben wir beide nicht, ey. Zieh da rein. Naja, aber ich hab noch viel schlechter... Ich hab die ganze Zeit drüber geschossen, über deinem Kopf. Der war wenigstens der letzten, oder? Hedgehot. Wird gewechselt, Schmitty. Suchen und zerstören. So, jetzt aber... Jetzt machen wir das. Meinst du? Was, dann fangen wir dann zu campen? Ja. Jetzt noch ich Hardcore-Camping gemacht. Schmitty! Nein, da waren beide. Das ist ein Scherz. Da waren beide. Tut mir leid. Wo waren beide? Ja, bei A. Da haben die nicht auch eine Drohne wieder? Wahrscheinlich, ja. Ich mein, das war eine Drohne. Ich weiß aber nicht, ob die die schon eingesetzt haben. Ja, doch, direkt am Anfang. Haben die das? Ja, schauen wir. Die angemessene Leistung, bereit machen für die nächste Runde. Wir sehen, dass der kommt. Ach komm, wir warten. Wo war's der Punkt? Warte mal, kommt der Tick. Motherfucker hier. Ja, das war ein typischer Schmitty war da. Schmitty! Schmitty! Boah, bei B, äh, leck mich doch am Arsch. Ist ja quasi um die Ecke, Adi. Boah, verzieht die Mies. Er macht ja auch nicht mal Schaden. Mitte, nach hinten, zu uns. Nicht da oben, ey! Na, da ist Heidi runtergesprungen vorhin. Ja, da ist er nicht da runtergesprungen. Heidi braucht so ein Geländer, wo er sich festhalten kann. Du reißt aber grad nicht, du bist richtig scheiße, würde ich mal sagen. Oh, ja, das bin ich. Du bist ja absolute Ohr hoch. Da kann ich leider überhaupt nichts gegen sagen. Bombe erlangt, lol. Wolltest du die haben? Ne, ich bin einfach nur Nubi gewesen. Ich wollte mich so geil draufschmeißen und hab das nicht geschafft. Lol. Äh, Mitte einer und der andere. Bombe liegt in der Mitte unten. Richtig schön in der Mitte. Durch das Kreuz durchgelaufen. Wahrscheinlich dann zu uns in die Mitte oder so. Auf unserer Seite. Irgendwie so. Na, ganz bestimmt, Peter. Immer verbündeter Blitzschlag. Blattberg jetzt. Das war echt nice gewesen, Peter. Ja. Schön. Ja, war der Gott, der Schmidi nicht mit mir. Schön, schön, schön. Ah, ich werde dir noch gewesen, ey. Musst du sich überhaupt alle verziehen, ey? Das ist echt der Hammer. Mach, mach, mach. Ich dachte, du wärst noch hinten bei uns, Alter. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Suchen und zerstören. Das Ziel verteidigen. Oh Mann, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, jetzt hole ich mal meine Semiskill raus. Einen Semiskill? Einen Semiskill. Habe ich einen gesehen? Ah, die schießt wieder irgendwo drauf. Ja, die sitzt oben bei sich, da, wo der immer sitzt halt. Das stimmt gar nicht. Doch, ich hab dich gesehen. Fick dich da, ey. Fuck, der sitzt da immer noch. Wo war der denn? Oh! Der war oben da. Ah, geil, ey. Die Waffer hat ja eine Range. Lol, da ist ja dann mein Ding reingelaufen. Ich weiß aber nicht mehr, wo das liegt. Das ist voll gut, Hardy. Der hat wieder, der hat wieder sein Schild da am Start. Ah, das war hinter mir. Der ist bei A jetzt. Das ist richtig geil über die Teile gesprungen, ey. Drecksau, ey. Oh, ob das geht? Nein, oh, schade. Boah, Junge! Das ist doch ein Scherz, ey! Das ist ein Magazin leer. Hardy kriegt nix tot, ey. Hardy kriegt echt gar nix tot. Selbst ein Schmidi oder was? Selbst wenn er sein Schild nicht richtig drauf hat, weiß. Was ist da zwischen A und B bei uns? Oh, Braun, du bist so ein Momo, was ist denn? Wahnsinn! Oh, Mann, Schmidi, ey. Nee, das würde der nicht wagen. Hat der mich gesehen? Nein. Hat der nicht, ne? Hardy, du Camps, wie soll er dich da sehen? Nein! Ich hab da doch gesehen, wie du da standest. Ja. Ja. Blätten war es, ey, scheiße. Warum hast du mich eigentlich getötet? Leute, wir hätten ja sein Schild. Das sieht in der Ego-Praspektive ja ganz anders aus. Tja. Das war aber schon immer so. Wenn du da grenzt, dann bist du angreifbar. Wer anders ist, andere wäre auch recht übel. Ja. Und sagst du, Teamkill ist an? Jetzt necke ich den weg. Okay. Komm schon, Hardy. Ja, ich sehe nichts davon. Piu. Tja, holt den hier so. Warum man schießt denn da so, Hardy? Boah, Peter ist hinten bei uns am Polizeiauto. Wo sind die denn? In deinem Anus. Nee. Also einer war in der Mitte. Boah, Junge! Ja, beide Mitte. Der eine links im Haus, äh, rechts im Haus drin. Und der andere mit sich durchgelaufen zu uns zum Spawn. Aua! Hardy, ich kann's nicht machen. Ja, Peter weiß jetzt aber, dass ich, dass ich planten will. Ich muss mich jetzt beeilen. Ah, jetzt ist der Bluff aufgefallen, wa? Hinter mir! Oh, da war er! Nice! Schön. Okay, sprich hier. Hörnicht dich, Pidi. Hörnicht dich, Hörnicht. Gute Idee. Also vielleicht vor zwei Minuten, zwei Runden schon machen soll. Ja, warte, nein. Da hat man so viel Vorsprung, dass man überheblich sein kann. Ja, man kann nie überheblich sein in diesem Spiel. Das geht immer nach hinten, du hast. Nein, nie! Ich kann sich vertreten, ich weiß genau, was ich tu. Oh mein Schmidi, ey. Ich hab da den Plan, weißt du? Ja. Sterben. Nein, da hatte ich die scheiß Posi zwei, glaube ich, obendrauf bei denen auf dem Container. Shit. Oh! Oh, die kannst du nicht machen! Ja, ich geh da jedes Mal rein. Letzte Runde, jetzt musst du mal beide wegsnacken. Oh, das ist doch echt ein Scherz, ey. Weißt du, die Jingen krieg ich die Nacken ab. Die war meine, ich hab die über die halbe Map geschmissen, ey. Ja, natürlich war das zufrieden. Alter. Hadi nimmt alles mit, was er kriegen kann. Ja, das ist wie seine Mom. Bei der Pro und... Nee, das ist echt perfektes Timing gewesen. Perfektes Timing eurem Meister. Jürgen, Schmiddies können nix. Wir sind gut. Wir sind Schmidis. Ich weiß nicht, Schmidis kann. Ich weiß nicht, Schmidis. Ich weiß nicht, Schmidis. Schmidi! Wir haben richtig gut. Wie soll ich das nächste Mal machen? Ich weiß nicht, ich weiß nicht.